Wen kennen Sie, der so gefährlich ist? Ich weiß noch, wie ich zu mir sagte, die werden sich am Ende alle umbringen. Und niemand hat bisher von diesem Quentin-Typen gehört. Acht Filme und sie waren alle sehr erfolgreich. Seine Filme wirken so, dass sie einen anregen und aufwecken. Unser 90er Jahre Horrorfilm-Genre, ähnlich dem französischen New Way-Film. Alle wollen in einem Tarantino-Film mitmachen, egal wer das ist. Mir erschien er wie ein übereifriger, extrovertierter Hengst. Aber er konnte sich das leisten. Sein großartigster Kampf zwischen zwei Frauen im Kino. Gleichzeitig die Weiblichkeit, die nicht eine Sekunde weg ist. Er wollte nicht tanzen. Er schrieb die Rolle für John Tarwalter eigentlich für Michael. Aber Michael wollte die Rolle nicht. Das sind brillante Drehbücher. Solche Dialoge, um seine Miete davon zu zahlen. So sieht er die Welt. Quentin kommt rein und sagt, ich traue Christoph nicht zu, dass er dich umbringt. Also mache ich es selbst. Ich dachte nur, falls ich sterbe, dann wenigstens durch Quentin Tarantinos Hände. Er hat die Geschichte nicht verändert. Im Gegenteil. Er tut genau das, worum es bei Storytelling geht. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Es gibt keine Unwahrheiten in seinen Figuren, wie sie denken oder fühlen oder sprechen. Quentin, du aufgeblasener Schein! Wie unterscheidet sich Quentin? Man muss nie Angst davor haben, dass deine Freude rausgeschnitten wird. Das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, er muss 150 oder 200 Jahre leben, damit er alles machen kann, was er machen möchte. Um, wir sehen, dass wir sie Ing았습니다! Wir sehen uns doch gleich. Wie sind die Talf sch inklusive?